Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele Überlebender. Ja, und ich spiele mit den Perks Hartem Nehmen, Glienezeit, Einfühlungsvermögen und Befreiung. Und ich spiele mit den Perks, weil ich eine Quest im Archiv habe. Ich muss nämlich, okay Doktor, ich muss nämlich insgesamt 15 Überlebende vom Haken retten. Okay, er hat nur einmal geschockt. Wird er hier weiter den Jake jagen? Ja, uns lässt er hier in Ruhe. Ähm, ja, ich muss 15 Leute vom Haken retten. Zwei Leute habe ich schon gerettet. Also fehlen nur noch 13, ne? Ich kann pro Runde nur 6 Leute retten. Wird also eine zeitaufreibende Angelegenheit. Ähm, zu... Oh Leute, der hat wahrscheinlich durchs Fenster gesehen, wie da jemand im Schrank gegangen ist oder so. Ich meine, ich könnte jetzt nach oben rennen, um den Jake aufzuhelfen, aber, hm, ich werde wahrscheinlich nicht rechtzeitig da sein. Steve geht und rettet. Dann versuche ich mal den Jen fertig zu machen und dann denjenigen vom Haken zu retten. Doktor wird mich wahrscheinlich hier in Ruhe lassen. Ja, der hat jetzt noch Augen für den Steve. Und ich hole mir direkt den ersten Save. Ähm, ja, die Perks synergieren, denke ich, ganz gut mit der Idee zum Retten zumindest, ähm, geliehene Zeit und Einfühlungsvermögen. Damit weiß ich, wo die Leute sind. Kann sicher retten, ne? Ähm, Befreiung sucht auch dafür, dass ich, wenn ich sicher rette, ich dann... Oh, mhm, Swaychecks, ne? Dass ich dann, ähm, mich vom Haken springen, äh, werfen, äh, holen kann, ne? Also wenn der Killer mich schnappt, bin ich, muss kein anderer Überlebender kommen und ich kann mich dann selber retten. Also die Meck heilig schnell hoch. Hartem nehmen habe ich noch mitgenommen, weil ich gerne einen Erschöpfungspirk mit dabei habe. Einfach, um nicht ganz aufgeschmissen zu sein. Das Problem ist, wir spielen gegen einen Doktor. Der hat dort hinten irgendwo jemanden umgehauen und der nutzt nicht so oft seinen Schock-Schockmodus. Das heißt, er könnte jetzt einfach sein Schockfeld, äh, aktivieren und könnte mich direkt aufdecken. Ich muss mal kurz so ein bisschen auf meine Füße achten. An den Füßen eures Charakters, das ist halt komisch, die Kamera gewackelt. An den Füßen des Charakters erkennt ihr, ähm, wenn ihr Herzschlag hört, ne? Und ihr spielt gegen einen Doktor und schaut auf eure Füße. Und ihr seht dort einen Blitz in. Dann wisst ihr, der Doktor hat gerade seinen Schockmodus aktiviert. Das heißt, ihr müsst dann so ein bisschen aufpassen, ne? Er kann direkt euch, er kann euch halt aufdecken, wenn ihr noch nicht wahnsinnig seid oder kurz vor einer neuen Wahnsinnsstufe steht, ne? Also immer so ein bisschen auf die Füße schauen, wenn ihr Herzschlag hört. Für mich war es jetzt sinnlos, weil ich keinen Herzschlag gehört habe. Aber manchmal hört man ja so ganz leisen Herzschlag und eben hier der irgendwie, ich darauf irgendwie nicht so richtig achte oder was weiß ich. Schaue ich da lieber mal ein bisschen auf die Füße. Ähm, jetzt wurde die Mech geschnappt und Stiefel auch direkt retten gehen. Jetzt steht, ich muss Leute vom Haken retten. Zwei habe ich schon. Doktor hat seinen, ja hier seht ihr es, Blitzungen unter meinen Füßen. Das heißt, direkt Wahnsinn. Aber er geht auf Steve. Und Steve tauscht mit der Mech. Könnte gern, oh und wenn die Mech jetzt hier lang rennt. Mech, hau ab, ne? Denn ich hole mir jetzt gleich den Steve. Ich habe extra geliehene Zeit. Er jagt die Mech weiter. Ich will jetzt aber trotzdem nicht unbedingt den Steve gerne irgendwie abfarmen oder so. Shit. Das war dumm. Äh. So, gibt, oh shit. Ich habe doch fertig gedrückt. Mist. Ich habe, naja gut, für mich sah es so aus, als hätte ich die, ne, die Taste fertig gedrückt. Aber irgendwie habe ich wahrscheinlich dumm losgelassen. Die sterben jetzt. So stirbt man, ne? Der Doktor denkt sich jetzt, okay, die haben eh keinen Unbeugsam. Ich habe jetzt einfach den letzten. Was ist das für ein Hintern? Ich habe halt, ne? Es lag halt auch an mir, ne? Ich habe verhauen, ich habe mich sehen lassen. Einmal. Dann habe ich mich richtig gerettet. Zweimal. Und dann habe ich hart und nehm verkackt. Dreimal. Bravo. Naja gut, aber sowas passiert halt auch mal. Und dann liegt das ganze Team. Aber, noch ist nicht aller Tage Abend. Denn, ich kann mich selbst vom Haken holen. Also, habe ich vielleicht noch irgendeine Art von Chance? Und der lässt sich, wieso lässt du dich jetzt am Haken stärken? Wait, man. Ich warte mal, bis der jemand anderen aufgehoben hat. Ich habe jetzt im Grunde die ganze erste Phase sozusagen frei, in der ich waffen kann. Kannst du bitte jemand anderen aufheben? Ich warte noch, bis er den aufgehangen hat und dann vielleicht weit genug weg ist. Bei der Mac oder so. Dass ich dann, ähm... Weißt du, weil ansonsten kommt er direkt wieder zurück, ne? Und wir haben auch nichts mehr geschafft. Der hängt jetzt zum zweiten Mal. Der Doktor kommt her. Und der schaut hier hinten nach der Mac. Okay, wenn... Der lässt sich auch sterben. Das ist natürlich jetzt richtig bescheiden. Müssen sich alle am Haken sterben lassen. Ich muss, ne? Und weg. Ich geh in den Schrank, um damit seinem Schockfeld zu entgehen. Denn wenn man im Schrank ist und der Killer mit seinem Schockfeld rumläuft, wird man nicht wahnsinnig. Entsprechend habe ich hier vielleicht nochmal einen kleinen Schutz. Der Doktor denkt eh, ich bin weiter gerannt. Wird er nochmal zurückkommen? Ich habe immer Angst. Denn ich gehe meistens einfach prinzipiell immer zu früh aus dem Schrank raus. Manchmal muss man da lieber noch ein bisschen Geduld bewahren. Jetzt ist er wahrscheinlich... Mal sehen, ob ich es schaffe, die Mac hochzuholen. Die Mac ist so gut wie ausgebluten. Ausgebluten, ausgeblutet. Irgendwie schwieriges Wort, ne? Sie ist aus... Egal. Okay, hallo Mac. Jetzt leben wieder zwei. Und die anderen beiden haben uns halt... Unwissens... Verdammt, ne? Sie haben einfach... Dadurch, dass sie sich sterben lassen haben... Und dachten, okay, die Runde ist eh verloren. Ähm, bringt nichts mehr. Haben sie jetzt dafür gesorgt, dass wir wirklich verlieren? Ah, ich meine... Ich kann es ja nachvollziehen, ne? Wenn das halbe Team am Boden liegt, dann denkt man sich, okay... Jetzt kann ich mich auch am Haken sterben lassen. Wir werden hier eh nicht mehr entkommen. Ich wollte schon sagen, MacWay, du schreist jetzt auf und vor Wahnsinn. Ich hatte dort irgendwo ein grünes Midi-Pack gefunden. Das Ding ist, ich bin jetzt der Typ, der wegrennt und die Spuren hinterlässt. Okay, er hat hier, ne? Wie heißt das? Ähm, nicht zum Mürbende... Erdrückte Präsenz. Da verbrauchen sich Items schneller. Aber für die Heilung hat es nochmal gereicht. Okay. Irgendwie, wenn ich mich jetzt an Generator setze, dann fühlt sich das mehr als optimistisch an, ne? Eigentlich ist ja schon alles verloren. Er hebt die Mac auf. Denkt sich, ja, Mac, jetzt habe ich dich ge... Und die Mac ist, glaube ich, tot, wenn sie hängt. Ich bin im Herzschlag-Radius. So, mal sehen. Wenn ich jetzt noch durch die Falltür entkomme, wäre das schön, ne? Shit. Er hat mich da hinten, glaube ich, gesehen. So, Kopfhörer lauter stellen. Falltür, spawn bei mir. Falltür. Spawn bei mir. Falltür. Shit. Sie ist beim Doktor gespawnt. Er hat meine Rennspuren hier gesehen. Ich renne mal zurück in die andere Richtung, denn der wird nicht lange brauchen und die Palette dort durchsuchen. So, wie gehe ich jetzt am... Na, jetzt hat er mich wieder gesehen. Da rennt man einmal zu weit auf offener Fläche, ne? Ah, schade, dass er die Fallt jetzt erst gefunden hätte. Das wäre jetzt noch eblich geworden, aber... Von wo? Von... So. Ich muss jetzt nicht unbedingt sparsam mit den Paletten umgehen. Ich meine, das hat auch für mich... Ich glaube, es ist ja nur für mich, wenn ich die lauter mache. Shit. Oh, sie ist eine blöde Box. Also, ich habe nochmal hartem Nähen, ne? Von mir steht die gesamte Map offen. Aber ich weiß halt nicht, wo schon... Okay, dort ist noch eine Palette. Er schockt mich aber auch nicht. Ich kann einfach umwerfen, wenn er dir eh nichts zertreten möchte. Lupe ich ihn einfach weiter. Zum Tor schaffe ich es ja sowieso nicht. Ah, wie ärgerlich, ne? Er hat mich verloren. Aber wahrscheinlich... Ja gut. Wahrscheinlich nicht mit Absicht, ne? So, hier hinten ist das Tor. Ja, aber der Doktor jagt mich. Bringt nichts. So, shit. Eigentlich ein viertes Mal noch verhauen, weil ich die Falte... Aber gut, nee, das kann man halt nicht sagen, ne? Ich habe halt die Falte nicht gesehen. Das war halt Pech. Wir hatten gute Chancen. Hätte ich halt nicht so oft verhauen, hätten wir es vielleicht insgesamt ein bisschen besser geschafft. Na gut, ähm... Ich habe wenigstens zwei Leute vom Haken gerettet. Immerhin das, ne? Eigentlich wollte ich mehr vom Haken retten, aber naja. So, gut. Ich hätte ein bisschen mehr an Generatoren arbeiten müssen, dann hätte ich hier noch wenigstens einen Pip gemacht. Aber naja, gut. Dafür, dass wir alle... Dafür, dass es reinste Massensterben waren, ist eigentlich so ein Black Pip gar nicht so schlecht. Vor allem irgendwie Lobby-System. Also ich als Rang 8 Überlebender sollte in keine Lobby kommen mit gelben Rängen als Überlebende und einen braunen Rang als Killer. An sich kann der Killer sich wirklich auf die Schulter klopfen, dass er das hier so gut geschafft hat, ne? Alle Achtung, nicht schlecht. Na gut, ähm... Ja, ich habe euch ja das... Wobei, ich packe... Ja doch, ich packe hier noch ran noch eine zweite Runde. Da spiele ich, denke ich, mit ein bisschen anderen Pirks. Also, äh... Ja, dann bis gleich, ne? Und da sind wir auch schon in der zweiten Runde Grubenschacht. Wieder in einem McMillen-Anwesen. Mal sehen, ob wir jetzt durchkommen. Ähm... Ich habe an meinem Pirks ein bisschen was geändert und zwar habe ich, ähm, Befreiung und... Sagt schon, hartem Nehmen durch Flink und Schnell und Leise ersetzt. Und der Killer hat anscheinend direkt einen guten Riecher. So, direkt, äh, Schnell und Leise durchs Fenster. Flink, ich komme schnell weg. Aber irgendwie ist das Ganze ein bisschen endlich. Äh, ich habe mich noch nicht so richtig zurechtgefunden, wo ich gerade bin. Und um die Ecke und rum. Und jetzt sägt er klar los. Ist aber nicht mehr gleichzeitig da. Okay, er geht da rum. Und geht durchs Fenster. Er macht wieder das gleiche Spiel. Jetzt habe ich verhauen. Nee, nicht. Ich gehe hier rum. Nicht vorhersehbar sein. Immer schön Bögen laufen. Der Killer will wirklich sehr, sehr gerne sägen. Vor allem, wo ist hier überhaupt... Irgendwas. Ich dachte... Vielleicht habe ich auch nicht auf dem Map-Namen verlesen. Ich dachte, wir wären auf dem Kobenschach. Nee, Quatsch. Auf dem Lagerhaus, dem Säuften. Ich weiß nicht. Naja, wenn man nicht mal weiß, auf welcher Map man spielt, ne? So. Als Billy würde ich euch empfehlen, nutzt in so einer Situation einfach den Hammer. Ihr werdet nicht glücklich. Nee, wir spielen auf dem Kobenschacht. Okay, der hat schnell umgeworfen. Hier wird auch dran gearbeitet. Ich gehe mal hier weg. Ich gehe mal nach drüben zur Mine, ne? Ich habe mich schon gewundert. Wo bin ich? Wo renne ich hier lang? In welcher Seite bin ich? Das passiert, weil man den Map-Namen anscheinend nicht gut genug liest, ne? So, ich gehe hier an den Generator. Das Problem ist, der so wie der Hinterwäldler spielt, so wie der gerne sägen möchte, kommt hier Einfüllungsvermögen nicht wirklich zur Geltung. Und weil wir gegen den Hinterwäldler spielen, und gut, das kann man jetzt nicht auf alle Hinterwäldler-Spieler schließen, ne? Aber Hinterwäldler-Spieler sind sehr schnelle Killer, spielen oft, also viele, ne, mit Barbecue, sind also schnell weg vom Haken. Das heißt, geliehene Zeit kommt wahrscheinlich auch nicht mehr so zum Einsatz. Denn ich will auch nicht wirklich gegen den Hinterwäldler, ups, hier ruhen, okay, eine riskante Rettungsaktion starten, weil er eine Kettensäge hat und mich dann einfach wegmähen kann. Na gut, aber immerhin flink und schnell und leise, ne? Hat uns ja zumindest am Anfang ein bisschen Zeit verschafft. Damit hat der Hinterwäldler nicht gerechnet. So, wir machen dort einen Generator, ich bin hier weiter am Werkeln. Wenn alles gut läuft, dann waren drei Generatoren fertig und der Hinterwäldler hat noch niemanden am Haken. Das ist natürlich nicht so gut für meine Quest, ne? Ich muss ja immer noch Leute vom Haken retten. Und hinten wurde der Dwight weggemacht. Aber ja, eigentlich muss ich direkt gehen. Hier waren wir die ganze Zeit, okay. Oder waren wir woanders? Ne, doch, der hat mich hier geloopt. Boah, wenn man die Map dann wieder plötzlich neu für sich entdeckt, weil man beim ersten Mal blind war, ne? Mist, da war jemand anders schneller. Ärgerlich. Aber gut, der war wahrscheinlich schon in der Nähe, ne? Hier oben waren ja sowieso zwei Leute, die hier dran gearbeitet hatten. Da holt sich jetzt hier schön die Rettung. So, beim nächsten Mal will ich aber schneller sein. Ich muss ja schließlich retten. So, aber keine Ahnung, wie er jetzt hier, wo er jetzt ist. Wahrscheinlich da drüben irgendwo bei der Nia. Wobei, wenn der... Ja, hm. Normalerweise, wenn der Killer so lange sägt, heißt das oft, dass er halt einfach einen Kettensägensprint macht. Aber er kann ja in dem Fall auch nur die Kettensäge hochgezogen haben. Und die Nia loopt den hier irgendwo. Die Palette, dort ist schon weg. Ich will noch nicht in den Generator, weil dort ist es relativ unsicher gerade. Ohne Palette. Bevor ich nicht weiß, wo der Killer ist. Und die rennen dort hinten im Kreis. Die will wirklich um jeden Preis sägen, ne? So, wie die. Zack. Nächster Generator gemacht, ne? Das ist halt echt frustrierend, ne? Der hat vielleicht irgendeine Auf... Wobei? Gibt es solche Auf... Ja, doch, ne? Eine Daily, ne? Könnte er ja haben. Dass er Leute wegsägen muss. Ist hier der Keller? Ja. Verdammt, Nia. So, schnell in den Schrank. Schnell und leise. Ich hätte auch leise reinsteigen können. Aber ich glaube, das macht noch ein bisschen ein Geräusch, ne? Die Tür. Und da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Höpfel schnell in den Schrank. Ich meine, kostet mich ja nichts. Und der Billy kommt raus. Raus. So, Billy. Du musst jetzt eigentlich deine letzten Generatoren verteidigen. Nee, Dwight. Nee. Oh! Nee, ich gehe nicht erst runter im Keller, ne? Denn am Ende holt er uns noch dann da weg. Da habe ich schon wieder überhaupt keine Lust, ey. Leute, Mensch, ich will doch retten. Na gut, aber wenn man halt zu langsam ist, ne? Da verstraft er ins Leben. Ich war halt zu zögerlich. Ja, ich spiele halt vielleicht ein bisschen zu zögerlich manchmal. Vielleicht auch in anderen Situationen, in denen ich eher zögerlich spielen sollte, spiele ich nicht zögerlich. Die haben sich dort unten im Schrank versteckt, die eine, und der hat es ja nicht gefunden. Schönes Ding. Jetzt heint sie. Nee, es sind ja noch beide dort unten. So, Billy, du haust sie beide weg, dann kann ich beide retten, ne? Nee, das wollen wir nicht. Shit. Der macht es wirklich, ne? Die Nia kickt jetzt, denke ich, auch noch einen Hammer ab. Nee, kommt. Und sie war schon auf 99 etwa geheilt. So, jetzt versuche ich mal zu retten. Hier ist ein Fenster. Ich sehe ihn nicht. So, Mist drauf, ne? Ich muss jetzt nach unten. Komm, schnell, 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 schnell. Wir müssen so schnell wie möglich raus gar nicht erst retten. Äh, heilen. Der kommt nämlich mit seiner Säge wieder an. Nee, hat sich die Nia geholt. Okay, Tab. Du läufst mir nach, als würdest du geheilt werden wollen. Ah, wenn man eigentlich retten will. Aber es ist halt besser jetzt, wenn ich den heile. Den Eder jetzt noch hier verletzt die ganze Zeit rumgurpt und sich nichts traut. Das Problem ist, Billy kommt mit Barbecue schnell um die Ecke angesäbelt. Steckst du dich... Nee. Lauf, 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 lauf. Sorry, Tab. Der hat aber eine Kettensäge. Ich rette die Nia. Nein! Das ist halt immer so, ne? Der Billy hat mich gesehen. So, ab durchs Fenster mit dir. Und der hat, äh, sag ich schon, verblüffen. So, wie... Der spielt mit seinem Licht jetzt ein bisschen rum. Hat aber die Aufladezeit seiner Säge verhauen. Nee, hier war ich ganz am Anfang, oder? Eigentlich bin ich nur auf der Suche nach dem Anfang, ne? Weil mich die Strukturen da so verwirrt hatten an der Stelle. Oh, knappe Kiste, mein Lieber. Ich würde gerne weiter vor dir abhauen. Hier unten ist der Bright. Billy jagt mich weiter. War so klar, dass er mit Verblüffen da durchsteigt. Ja. Hm, ich hätte es... Ich habe sein Timing so ein bisschen verschätzt. Ich hatte gehofft, dass ich es noch irgendwie um die Ecke schaffe, aber... Na, man soll den Billy da nicht an solchen Situationen unterschätzen, ne? Der kann ihn da mal übel wegsädeln. So, Billy. Und du gehst... Nicht weg. Doch weg. Oh, der hatte Norbert. Oder, hatte er... Oder hatte er Ruinen und zwar die ganze Zeit noch? Ich weiß es gerade nicht. Tapp denkt sich, er macht das, was er die ganze Zeit schon macht. Haken nähen. Äh, Leute vom Haken retten. Tapp, ich habe keine Lust, dass der mich jetzt kriegt. Ja, kannst du bitte das Tor aufmachen? Das Tor, das Tor. Danke, danke. Ich geh retten. War das noch in Barbecue-Reichweite? Ich weiß es nicht. Das Gute ist aber... Dadurch, dass ich hier gespielt habe wie so ein Sparfuchs, stehen hier halt überall noch Paletten. Hier steht die auch noch. Steht die dort noch? Da steht sie auch. Oh, der Billy ist wirklich super fair. Ich meine, hier ist direkt eine Palette beim Tor. Äh, ja. Ich meine, hier ist direkt das Tor in der Nähe. Ja, ich heile mich jetzt hier nicht. Ich heile mich erst hier unten. Ich wurde schon oft... Ja, wenn er wollte, könnt ihr mich heilen. Okay, so kriegt dann niemanden Gehalt. Wenn sich niemand entscheiden kann, wer zuerst, ne? So, entkommen. Die Runde lief besser. Wobei, ne? Wenn man es auf die Quest vom Archiv betrachtet, ne? Da habe ich nur einen retten können. Mensch, ich dachte, ne? Drei Spiele, easy, fertig, ne? In jeder Runde sechs Leute retten. Nee, Quatsch. Das ist, denke ich, nur sehr, sehr schwer möglich. Da sind... Oh, Double Pips sogar. Wunderbar. Dass man es häufig hintereinander schafft, alle Leute zu retten. So, good game. Er hatte sogar einen Mori mit. Okay. Da hätte uns auch nochmal ziemlich... First Game on Billy. Hm. Aber für die Perks, ne? Er weiß schon mal, was er mitnehmen soll. Um. Ihr Hammer more often. Learn when to use the saw and when the hammer. Good luck. Have some nice matches. So, okay. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen. Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Bis dahin, tschüss.